Fick seinen Vater, diesen Bastard. Ich mach Video und fick seine Mutter dabei, während er auf YouPorn live ist. Hurensöhne, ich fick allmanns, Digga. Wenn's solche mehr Deutsche geben würde wie Rico, Alter. Schrei! Bro, ich will ja nicht... Schlag ihn! Ey Bro, das ist doch keine Sniper, ja. Warum bezeichnet man sowas als Sniper? Ist das einer von deinen Freunden hier? Junge, schon wieder dieser bekiffte Alkohol-Fotzen so und der geht immer auf. Der packt nur so viel wie du das für ein Fragestell. Der sei Köln, dass du ihn kennst. Du kannst mir ja entblasen. Ich hab den noch geholt, ne? Ei, Memo. Die Missionszeit läuft. Lass den Hammer krass. Ich hasse die Sniper, by God. Hinten, hinten am Spawn. Es liegt jetzt an dir. Die Agency ist stolz. Ah, fuck, Mann. Ey, es bockt aber, es bockt aber. Es macht Spaß. Aber merkst du wie taktisch ich bin? Sogar meine Killcam, Digga. Mhm. Da hab ich bisschen reingeschissen leider, weil ich nervös war, weil ich nicht wusste, wo der andere... Der war ja auch da, weißt du? Ich wusste nicht, ob ich links-recht schauen soll. Ja, ja. Ich kenn das, ich kenn das. C.I.L. Team, verteidigt unsere Freiheit. Ey, warum er campt? Sag doch, er campt. Er legt sich auf den Boden. Warum... Macht dieser Huren so'n überhaupt Killz in unser Team? Ne, ich sag nix mal, Digga. Ey, Crazyjunk, was ist das für'n Aim, Digga? Ist das dein Ernst? Jetzt hast du... Digga, was hast du... Bruder, das ist nicht mehr erwischt. Das ist Alternate, Murdoch. Was ist das für'n Aim? Dichchen, Bruder. Es gibt keine Brüder hier in Deutschland. Alles nur in deinem Land so, Bruder. Oder halt mal fest, ich fick Türken, ich fick Moslems, ich fick dich. Jesus Christus, fick deinen Arsch. Er denkt sich bekannt, mich... Mich juckt Religion nicht, ich bin kein Türke. Wenn du denkst, ich bin ein Chaos-Länder, dann fick dich ins Kriege, Digga. Ja, also, hör mal auf damit. Aber ich ficke deine Eltern, ich ficke dich. Ist, äh, ziemlich niveaulos, deswegen... Nivellos willkommen, du redest wie ein Nazi-Junk, Junge. Ja. Du trinkst wahrscheinlich Alkohol, oder? Das reicht ja schon. Zu 100%, äh, kiffst du, oder trinkst du? Wenn du das vom Bein machst, bist du ein Hund. Jo, du kiffst, du kiffst, du langweilig. Oder... Ja, kein... Aber soll ich dir eins sagen, Digga, du bist korrekt. Ja. Ob wir die jetzt irgendwie ficken, oder weiter rumholen? Oh, du riesig. Womit hat die Strahnspange, oder wat? Ob wir die jetzt ficken, oder weiter rumholen? Wir haben ihre Serie gebrochen. Feierter schon. Naja, immerhin, ne. Arbeitst du überhaupt? Dass du mit Steuergeldern kommst. Grünes Licht, grünes Licht. Wahrscheinlich nicht. Ich hab Zeit. Böde, du hast 1 Kill, Moorok. 1 Kill. Was machst du? Ich hab mehr Damage, alter, als dein Freund im Milchburg von mir, alter. Werde, hör mal auf zu trinken. Bei Gott, hör mal auf zu trinken. Ich hoffe, dieses Alkohol... Der soll sich dann hier drinnen. Ich hoffe, dieses Scheiß wird verboten, alter. die leute zu hause zählen auf euch nicht übermütig werden diese leistung müssen wir noch mal bringen erst mal bürgergeld kassieren erst mal bürgergeld alkohol gar kein problem dicker markiere sammelpunkt zeigt ihnen wie die cia das macht jetzt ist ein camper das ist ein wichser er hört so ne musik dicker er hört so ne musik das sagt schon alles aus sordern ist der typ dumm er sagt auch noch gg ich bleib dir den tod